in diesem sinne herzlich willkommen zurück bei musik tablette das ist die krankenschwester ich hab noch nie gegen die krankenschwester gespielt ich hab noch nie gegen die krankenschwester gespielt sie ist gerade an mir vorbei geswitcht diesen hätten fehlt auch richtig blöd weil du ja nicht ausweichen kann ich will das ist noch schlimmer die sind so scheiße die lässt einfach nicht locker ich renne gerade quer durch die map da mache ich mal deinen generator weiter es gibt leute die können das ja richtig gut mit dem teleportieren ja die typen und dann machen die zack zack und dann haben sie das schon wie er wieder schreit ich finde jetzt könnte auch irgendwie beim nächsten halloween teil mitmachen jordi wo mir das nicht vollständig gesagt wird wo mir nicht vollständig gesagt ich soll es sollte für mich ein dlc geben oder so malzeit malzeit wir machen gerade eine aufnahme oh scheiße ich habe es verkackt hier hexenkönig du hängst oben über mir komm mal in den keller ist auch ein medizinkit die leute die ist immer noch hinter mir her die hat mich noch nicht einmal erwischt was wie langsam ist die denn die ist nicht langsam ich bin einfach nur gut genug im ausweichen um sie jedes mal wieder zu entkommen wenn die sich gerade zu mir teleportiert nur da konnte ich wenigstens schön verkacken beim generator das hat sie nicht aufgegeben ja hat sie keinen bock mehr oh oh man kann sich hier eigentlich schön in den hecken verstecken dazwischen den hecken verstecken in den hecken verstecken jetzt renn vielleicht nicht hoch ich spring gleich in die hecke und meine auf dass man sich heute schon an die sicht hat alles gut ich habe einfach immer noch einen herzschlag ich habe einfach immer noch einen herzschlag komisch ne warum leben wir da auch noch ach man oh hat jemand gefunden oh nein ich habe einen motor hier am stürzl sie ist hinter mir her sie ist hinter mir her sie ist hinter mir her oh das wird lauter hier ja ich bin einfach mal hinter der hecke versteckt ich bin einfach mal jemand Das drücke. Das auf unserem Channel. Ich möchte mich für meinen Schuldigen. Ich bring's einfach hier vorbei. Ich bring's einfach hier vorbei. Alter, was für'n Arsch, Alter. Was für'n Arsch. Oh, ist das ein Arsch, ey. Jetzt rennt der wieder bei mir hin. Alter, was ist denn das für'n Kloppsi, ey? Oh, ich spiel'n, weil ich bin auch in der Nähe. Könnt ihr mal bitte von dem Generator ein Stück weg, weil dann würde ich den weitermachen. Du bist gut, ich will den auch weitermachen. Aber er geht ja nicht weg. Shiro, geh' mal weg. Ich mach' dir mal weiter, ne? Ja, mach' mal weiter, ich tue mich. Ist auch mal ne Zeit lang. Schnell, Jody, komm' wir bei uns. Scheiße. Schnell weg. Oh, daneben! Unter mir war Leute! Ja komm, komm, komm! Oh, jetzt hat'sse kein Bock mehr auf mich. Ich komm hier wieder zu mir! Und er hat wieder daneben geschlagen, also irgendwie ist die wirklich ziemlich. Ich seh' die Harkfresse ja nicht mal. Na ist doch gut, dann mach' mal Generatornkeule. Das Viech hört sich voll vergewaltig an. Na, wie so'n Blauwal. Ja, irgendwie schon. Weißt du, wie es in Blauma landet? Gib's mal auf YouTube ein. Wenn Johnny... Wenn Johnny... Oh mein Gott! Wolltest du gerade einen bösen Spruch über mich bringen, Shiro? Ja! Oh, ist schon wieder verkackt. Karma nennt man sowas. Was wissen wir über Karma? Karma ist... Karma ist eine Hure. Das hast du gesagt. Wo wir wieder bei den netten Ausdrücken wären. Auf deinem Channel. Auf deinem Channel. Ist so geil, ich häng ja an dem Generator und mach den Generator und er verfolgt immer noch jemand anderen. Ja, mich die ganze Zeit. Scheiße, weg, weg, weg. Aber schön, wenn ihr die ablenkt, da haben wir Zeit, Generatoren zu machen. Ja, das hoffe ich doch mal langsam. Ich hör hier immer noch nichts blinken. Scheiße, kommst du jetzt zu mir? Jetzt kommst du zu mir, oder? Naja. Ich hab hier so'n geiles Versteck, ey. Jetzt hat sie schon wieder weg teleportiert. Sie hat ihn schon wieder am Arsch, das ist so geil. Jetzt kommt er schon wieder zu mir. Das ist, weil du jetzt so böse warst. Ich hätte jetzt glaube ich auch ein Killer zu dir gelockt. Aber der Killer weiß auch nicht wirklich, was er tut. Kommst du, kommst du. Irgendwas? Hä, hä? Nicht so ganz, sie weiß nicht, was sie mit mir machen soll. Ja. Ich laufe mal links, mal rechts, dann bin ich... Oh, Gott! Jetzt hat sie dich. Wow! Jetzt musst du leiden, Alter. Sie hat einen Stealth-Teleport, ey. Einen Stealth-Teleport, wuhu! Wie er abgeht, ey. Nach 5 Minuten hast du mich erwischt, ich glaub's nicht. Aber sie hat dich erwischt. Nach 5 Minuten! Nach 5 Minuten! Ich hoffe, ich schaff mal langsam den Generator hier fertig zu machen. Ja, meine ist gleich fertig. Guck mal, 5 Minuten Beschäftigung, ich trinke jetzt mein Tee. Ich kann es nur ans Herz legen, dass sie jetzt langsam fertig werden. So, meine ist fertig. Hup! Oh, oh. Sie hat mich in den Keller gebracht. Na toll. Ach, da unten hängst du da. Ausgerechnet. Jodie, kannst du ihm helfen? Ja, die Frage ist nur, ob sie jetzt zum Pokerappen rausgeht oder hinten auf dem Haus raus. Na, bei meinem Glück geht's da vorne raus. Na, bei meinem Glück... Ja, sie... Ist sie vorne? Sie ist auf alle Fälle raus. Ja, aber die ist hinten. Wo ist denn der Keller? Hier geht's im Keller. Willst du mich direkt heilen? Sie ist bei mir. Sie ist bei mir. Sie ist bei mir. Sie ist am roten Auto. Geiße. Jetzt teleportiert sie sich weg. Ich geh zum linken Ausgang, Jungs. Ach, okay. Mädels, mein ich. Entschuldigung. Anstatt mal um zu bleiben und hier mitzuhalten. Nein! Oh mein Gott, jetzt verletzt sie. Ich renne wieder hoch. Ach ne, warte mal. Oh mein Gott, zwei Schwarze! Oh nein! Renn, renn! Automatischer Todesstatus! Renn! Automatischer Todesstatus? Ja, so heißt der Perk. Da stecken die dich, wenn du unverletzt bist und du bist direkt im Todesstatus. Ach du Scheiße. Also ich bin hier. Also unser, das Tor gegenüber von Jody ist offen. Wo ist denn das Scheiß-Tor? Genau gegenüber von Jody. Äh, wo ist sie? Na du siehst doch jemanden liegen, oder? Da ist Jody. Ja, schön. Schön, dass ihr euch jetzt an mir orientiert. Ah! Oh mein Gott, die sind alles rum! Oh mein Gott! Oh, hat die Wege erschreckt, ey! Äh, Leute? Ja, ich komm, ja, ich komm, ja. Bleib ruhig, bleib ruhig. Ja, ich beschämte sie jetzt schon die ganze Zeit. Ich renne die ganze Zeit im Kreis. Ich muss hier bloß erstmal einen Weg zwischen diesen ganzen Hecken finden. Achtung, die ist hier, die ist hier, die ist hier, die ist hier. Oh Scheiße, danke. Nein, die hat mich! Oh nö, echt jetzt? Na warte, lass mich die auf. Kannst du noch einmal hängen? Ich hab die von Stöhnen gehört. Jody, was hast du? Oh, sie hängt dich im Haus auf, ne? Hängt sie dich im Haus auf, oder wo? Im Keller. Im Keller. Ja. Ah, verdammt. Okay, ich bin hier draußen. Direkt vorm Haus. Ja, die kommt hoch. Ja. Sie geht hinten raus. Oh! Ach nö! Sie geht hinten raus. Oh, wie sie mich gesehen hat. Scheiße. Leute, lauft. Nein, nicht die Richtung Marco. Hold Jody. Ich versuch sie abzulenken, irgendwie. Schnell. Wart jemand schon einen Ausgangstor auf? Ja, ist doch. Komme! Oh, alter Schwede. Leute, macht Henne. Ich kann sie nicht mehr lange aufhalten. Ei. Du brauchst mich auch nicht heilen. Renn einfach vorne weg. Danke. Weil eh n Schlag lieg ich so oder so. Habt ihr Jody? Yes. Oh, gut. Dann geh ich jetzt zum Ausgang. Leute, die ist wieder bei mir. Die ist wieder hinter mir her. Oh, nein. Lauf, lauft, 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 lauft. Wer sind das jetzt bei mir hier? Hallo. Achso, Shiro, okay. Da lang? Oh. Hey, komm ich kratz dich, Junge. Ich kratz dich! Kratz dich! Kratz dich! Nein! Ich bin bei einem guten Ausgang. Das ist doch... Oh, ist das jetzt dein Ernst? Wie viel Pech kann man haben? Na, so viel. Oh. Shiro und ich warten direkt vorm Tor. Wenn du hängst, gehen wir raus, ne? Das ist mein Arsch. Wer kommt nicht retten? Wir gehen schon mal raus. Oh, hier ist ne Kiste. Oh, verdammt. Schön, ich renne jetzt mitten über die Straße. Überhaupt nicht auffällig. Das ist wahrscheinlich genau gegenüber. Das Tor. Das andere. Ey, Jux. Jux und Bailes, ich mach grad ein Tor auf, ne? Oh, das ist jetzt dein Ernst? Bestimmt. Das kann ja nur das sein. Jodi, hatte ich das letztendlich nur eigentlich mit Simon gemacht? Oder Sebastian? Als der Kindleintons her war, ich im Keller war und auf den Schrank gezeigt hab? Ja. Oh, wie passend die Melody. Oh mein Gott! Wer ruft mich denn jetzt an? Jodi! Oh mein Gott! Da! Nils! Sie hat Nils... Jodi, wo bist du denn jetzt? Ich bin gleich bei dem einen offenen Ausgang. Ich bin jetzt einmal im Kreis um die Map gerannt. Da, komm her. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm zu Papi. Ja! Ich helf dir, komm her! Bin doch schon da. Leute, ich finde den Ausgang nicht! Oh, ist dein Ernst jetzt? Ich weiß, wie du dich fühlst. Suck einfach ne Weile. Sag. Irgendwann hast du... Scheiße. Ausgang? Ausgang! Ja, genau, hier! Hier, hier, links! Links, links, rechts! Äh, rechts haben wir nicht! Rechts von dir! Ja, hier, hier, hier! Komm her! Komm her! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Rein, komm rein! Perfekt! Bleib, 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 bleib! Bleib stehen! Immer Herrgott! Ich schnapp! Ja, wie sie jetzt die Burg den Geier antworten... Was? Wer hat denn das gesagt? Niemals! Tja, liebe Freunde, das war eine lustige Runde bei Dead by Deadly. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! Okay.